Hallo, hier ist der Ingo von RORO und FIT und heute möchte ich gerade die Laufanfänger oder vor allen Dingen die Leute, die sich mal wieder sportlich betätigen wollen, die noch nicht wissen, wie sie es anstellen sollen, möchte ich motivieren, einfach mal los zu laufen. Ich meine, das meiste Equipment hat jeder von euch mit Sicherheit schon seit Jahren im Schrank rumstehen, vielleicht auch nicht, vielleicht benutzt ihr das auch öfters, das sind ein paar Laufschuhe, wenn nicht, gehen am Anfang vielleicht für die ersten zwei, drei Runden, gehen auch ganz normale Turnschuhe, vielleicht jetzt bei diesen Witterungsverhältnissen, jetzt wird es immer wärmer, wir haben den Früh, wir haben jetzt gerade Frühling, dass ihr vielleicht noch ein paar kurze Hosen im Schrank habt, ein Laufshirt und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, damit der erste Lauf wirklich auch Spaß und Freude macht und ihr richtig motiviert in die Laufsaison starten könnt. Also ich habe hier erstmal den Tipp Nummer 1, das ist das richtige Trinken und zwar wer Sport treibt, der schwitzt und verliert viel Flüssigkeit und auch viele Mineralien gehen flöten. Der Markt an Sportgetränken ist natürlich enorm und ich bin halt der Meinung, dass man das ganz normale Wasser eigentlich ausreicht, um vorwärts zu kommen. Ihr braucht nicht unbedingt das super teure Mixgetränk oder Mineraliengetränk. Wasser reicht vollkommen aus, es sei denn, ihr lauft länger als eine Stunde oder mehr als 10 Kilometer, dann würde ich euch empfehlen, irgendwie diese Mineralien dann während des Laufes wieder zu euch zu führen. Da könnt ihr auch eine Trinkflasche mitnehmen, aber unter 10 Kilometer braucht ihr eigentlich gar nichts mitzunehmen. Ihr werdet mit Sicherheit nicht verdursten. Dann habe ich hier den Tipp Nummer 2, das sind die abgelaufenen Schuhe. Sicher am Anfang, wie gesagt, da reichen vielleicht alte Turnschuhe, um mal wieder das Gefühl zu bekommen, zu laufen. Aber wenn ihr noch so alte Turnschuhe habt, wie die hier, so Laufschuhe, wo hier auch so eine farbig abgestimmte oder abgesetzte Maserung drauf ist und die dann abgelaufen ist, wenn man hier so sieht, hier kommt schon der Schwarze durch, dann empfiehlt es sich langsam, aber sicher, sich neue Laufschuhe zuzulegen, weil eure Knie, die danken es euch. Weil irgendwann kommt ihr nach Hause, nach so einem Lauf und denkt, Mensch, heute tun meine Knie weh, guckt euch die Laufsohle an. Wenn die arg abgelaufen ist, dann solltet ihr neue Laufschuhe auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Ich meine, so ein Laufschuh, der hält so an die 500 bis 800 Kilometer, je nach Körpergewicht und je nach Gelände, wo ihr halt rumjobbt. Es ist auch gut, wenn ihr mit einem Laufschuh zufrieden gewesen seid, dass ihr euch vielleicht dieses Modell wiederkommt. Das gibt es dann vielleicht als Auslaufmodell und ist dann auf jeden Fall günstiger. Dann habe ich noch einen Tipp und zwar, der Bauch läuft mit. Wenn man öfters mal laufen möchte, ist es ratsam, auch ein bisschen Rückentraining und Bauchtraining zu machen. Das stabilisiert dann auf jeden Fall die Wirbelsäule und die muss schließlich den ganzen Körper abfedern, das ganze Gewicht tragen. Und ein weiterer Pluspunkt ist, dass deine Beine auf jeden Fall höher kommen, dass du die höher heben kannst. Und das kommt deinem Laufstil auf jeden Fall zugute. Dann habe ich noch einen wichtigen Tipp und zwar das richtige Lauftempo. Wählt auf jeden Fall nicht zu schnelles Tempo. Gerade Anfänger, die das erste Mal wieder laufen, die begehen den Fehler, dass sie zu schnelles Tempo angehen. Denn hört auf, wenn ihr zu zweit joggt, dann ist das richtige Tempo auf jeden Fall dann, wenn ihr euch noch ganz normal unterhalten könnt und nicht nach jedem Wort tief nach Luft schnappen müsst. Dann seid ihr definitiv zu schnell. Dann ist das Tempo für euch zu schnell. Wenn ihr zu zweit joggt, achtet auch auf den Partner. Wenn der Schwierigkeiten hat, irgendwie auf eure Fragen zu antworten, dann lauft auf jeden Fall etwas langsamer und passt euch dem Tempo des Partners an. Dann habe ich noch einen Tipp. Gerade für Anfänger ist es manchmal gut, wenn sie am Anfang zu schnell sind, dass sie sich eine Pulsuhr zulegen und dann nach Puls laufen. Es gibt eine bestimmte Formel, die euren optimalen Pulsbereich ermittelt. Die zeige ich euch hier. Und nach dieser Formel berechnet ihr euren optimalen Pulsbereich. Das ist sicherlich am Anfang sehr hilfreich. Aber je fitter ihr werdet, umso eher stimmt diese Formel nicht mehr. Das sage ich euch gleich, aber für Anfänger ist diese Formel recht hilfreich. Und dann gibt es noch etwas, um richtig motiviert zu sein, ist vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen Musik dabei habt, entweder mit eurem Handy, welches ihr vielleicht hier am Arm trägt und mit Kabel seid ihr dann verbunden mit eurem Ohr und dann richtig geile Laufmucke drauf habt. Dann seid ihr absolut motiviert. Und ein paar Songs und ein paar CDs, die werde ich euch unten verlinken. Also die haben sich bei mir sehr gut bewährt und es ist wirklich motivierend, mit dem richtigen Takt loszulaufen. Wenn ihr dann schon ein bisschen länger vielleicht wieder im Training seid, dann ist es auch sehr hilfreich, um nicht auf dem Niveau stehen zu bleiben, dass ihr vielleicht auch ab und zu mal so ein Intervalltraining einbaut. Das pumpt richtig Sauerstoff in eure Blutbahn und verbessert auf jeden Fall eure Kondition. Ich kann es nur empfehlen, wenn nicht draußen, wenn das Wetter zu schlecht ist. Ich habe es auch schon auf dem Laufband gemacht, da funktioniert es meiner Meinung nach sogar noch besser, weil man genau die Zeiten einstellen kann, wann schnell und wann langsam gelaufen werden sollen. Aber draußen ist das auch kein Problem mit einer Pulsuhr oder mit einer Stoppuhr geht das wunderbar. Und jetzt als allerletzter Tipp, was ich euch noch sagen kann, ist, verfolgt eure Erfolge, indem ihr sie dokumentiert. Es gibt Tabellen im Internet oder macht euch eine Excel-Tabelle oder habt, wie gesagt, vorhin euer Handy dabei. Da gibt es wunderbare Lauf-Apps, die für euch alles dokumentieren. Das hilft euch gemein, eure Leistung auf jeden Fall zu steigern. Und mein allerletzter Tipp ist, arbeitet auf jeden Fall auf ein Ziel hin. Das kann sein, ein 10-Kilometer-Lauf, ein 5-Kilometer-Lauf oder vielleicht sogar ein Halbmarathon oder Marathon. Holt euch Trainingspläne und trainiert auf solche Ereignisse hin. Das motiviert ungemein. Ihr habt dann einen festen Trainingsplan und das macht auf jeden Fall viel, viel Freude und Spaß. So, das waren meine Lauftipps gerade für dich, wenn du jetzt gerade wieder anfängst, die sportlich zu betätigen. Die Laufsaison ist eröffnet. Es waren schon die ersten großen Highlights oder Veranstaltungen, die liefen schon. Heute ist bei uns, glaube ich, im Mannheim der SAP-Marathon. Wenn euch diese Lauftipps gefallen hat, vielleicht sieht man sich ja wieder. Ich werde hier noch einige Lauftipps bei euch parat haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Laufen. Euer Ingo. Bis demnächst.